Hallo, wir sind jetzt hier am Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche, am Weihnachtsmarkt. Eben ist ein Lkw auf den Weihnachtsmarkt gefahren, hat Retterboden zertrümmert, Menschen verletzt. Immer mehr Rettungskräfte treffen einen. Es liegen hier leider Verletzte rum. Er ist hier durchgefahren. Wir wissen leider noch nicht, ob es nur ein Unfall war oder ob vielleicht mehr dahinter steckt. Es ist wirklich ein sehr grausames Bild. Ich will hier auch gar nicht auf die Opfer halten. Wir müssen jetzt erst mal klären, was hier passiert ist. Da sind viele Menschen geschockt. Viele liegen am Boden. Hier versucht man eine Bude aufzurichten. Es ist auch eine sehr gespenstische Stille. Ich beschreibe einfach das Szenario, Menschen liegen am Boden, werden behandelt von anderen Menschen. Hier sieht man den Lkw, wie er wieder aus dem Weihnachtsmarkt rausgefahren ist. Ich war vorhin hier ganz in der Nähe. Es hat einen riesen Schlag getan, wie er hier über den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Es hat sich so angehört, dass es einen Schuss gab. Das ist aber jetzt noch nicht bestätigt. Hier ist gerade die Polizei auch noch an einem... Wirklich schwierig, das in Worte zu fassen. Es liegen Menschen unter dem Lkw. Die Bilder erinnern leider sehr stark an das, was in Nizza passiert ist. Was ist denn Gasflasche offen? Hier sagt jemand noch den Gasflaschen offen. Also wahrscheinlich wird hier auch schnell evakuiert. Wie gesagt, wir sind hier auf dem Breitscheidplatz. Ein Lkw ist auf dem Weihnachtsmarkt gerast. Hat sehr viele Menschen verletzt. Wir werden jetzt weggeschickt von der Polizei. Wir wissen noch nichts Näheres. Und auch den Opfern zuliebe werden wir hier natürlich nicht weiter draufhalten. Immer mehr Rettungskräfte treffen jetzt ein. Ich versuche jemanden von der Polizei zu kriegen. Wie viele Opfer das hier sind, ist noch unklar. Ich versuche das einfach nur zu beschreiben. Die Bretterbuden hier sind zerstört. Er hat wie gesagt sehr laut geknallt. Ich würde vermuten, er ist ungefähr 50 Meter über den Weihnachtsmarkt gefahren. Mittendurch. Da, wo die Menschen gestanden haben. Guckt ihr da so einen Peller an hier. Was soll denn das? Ich halte dich. Was soll denn das? Moment, die Menschen sind natürlich auch... So, ich versuche jetzt jemanden von der Polizei mal zu erwischen. Wurde natürlich angefeindet, was auch klar ist. Und das Handy aus der Hand geschlagen. Haben Sie hier mitbekommen, was hier passiert ist? Natürlich absolute Fassungslosigkeit. Ich werde mir jetzt erstmal einen anderen Weg bahnen. Und auch gleich wieder drauf sein. Also wir sind hier auf dem Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche am Weihnachtsmarkt. Hier ist eben ein Lkw auf dem Weihnachtsmarkt gerast. Und hat auch viele Menschen verletzt. Das Ausmaß ist noch nicht absehbar jetzt. Und aus Respekt vor den Opfern, wenn wir da jetzt auch gerade nicht weiter drauf halten. Der Lkw ist ungefähr 50 Meter drüber gerast. Dann an der Seite wieder rausgekommen. Es gab dann einen Knall, ob das ein Schuss war, ist bis jetzt noch nicht bestätigt. Ich versuche jetzt außen rumzulaufen. Zu dem Lkw, darüber wieder ausgetreten ist. Ich war vorhin auf der anderen Straßenseite und habe es einfach nur rumzulaufen. So, ich laufe jetzt auf den Lkw zu. Die Front ist total zerstört. Die Scheibe des Fahrerhauses ist gesplittert. Vorne sieht man noch Reste von Bretterbuden. Das Bild ist wirklich schrecklich. Liegen sehr viele Menschen, die behandelt werden. Auf dem Weihnachtsmarkt, unter dem Lkw liegen vermutlich auch noch Menschen. Man sieht hier jetzt den Lkw von vorn. Ich versuche jetzt jemanden von der Polizei zu erwischen. Der Lkw wird jetzt untersucht. Im Führerhaus liegt wahrscheinlich noch ein Mensch. Gibt es hier irgendwelche Folgen? Noch einmal. Weiter weg, bitte. Wieder weg. Den Gehweg, bitte. Geht ihr so wieder auf den Gehweg? Für niemand von der Presse? Nein, noch nicht. Bitte auf den Gehweg. Gerade erkundig, von der Presse ist momentan von der Pressestelle der Polizei noch keiner zu sprechen. Also für alle, die jetzt dazugekommen sind, hier hat sich ein Unfall ereignet. Am Breitscheidplatz, Gedächtniskirche, der Weihnachtsmarkt, ist ein Lkw drüber gerast, hat Menschen verletzt. Immer mehr Rettungskräfte treffen jetzt ein. Verbundete werden behandelt. Sind alle bitte auf den Gehweg? Und die Polizei ist jetzt einfach bemüht, hier erstmal Ordnung reinzubringen. Die Straße ist gesperrt, weiträumig. Es war vorhin ein sehr lautes Rumpeln zu hören von den Bretterbuden, die zerstört worden sind. Und das Bild, was sich hier dann geboten hat, war wirklich trausam. Viele Menschen liegen rum. Nähere Informationen gibt es momentan leider nicht. Bis jetzt, Anschlagsvermutung können wir hier nicht äußern. Bis jetzt ist es ein Unfall. Für alle, die jetzt dazugekommen sind, wir sind hier am Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz bei der Gedächtniskirche. Und hier hat es einen tragischen Zwischenfall gegeben mit einem Lkw, der auf dem Weihnachtsmarkt gerast ist und dabei Menschen erfasst hat und Buden zerstört hat. Und haben jetzt hier Sichtschutz angebracht, damit die Opfer nicht zu sehen sind. Und es werden jetzt einfach erste Arbeiten unternommen, um sich hier ein klares Bild zu verschaffen. Die Straße ist weiträumig abgesperrt, der Lkw wird untersucht. Die Polizei bittet jetzt Leute, die nichts gesehen haben, zu gehen. Und alle Zeugen werden jetzt zu ihnen gerufen. Es werden jetzt also Menschen befragt, um die ganze Sache aufzulösen, aufzuklären. Und man beginnt jetzt hier natürlich mit, erst mal, was das Allerwichtigste ist, sich um die Menschen zu kümmern, die verletzt worden sind. So, und wir werden dann uns später nochmal... ...aktionslusten. Das ist ja natürlich, ich kann hier in dem Horst wieder drinnen, ja.